Sprint bedeutet eine Zeitperiode, in der man ein neues Produkt und einen neuen Release entwickelt sind relativ kurz gehalten und da soll schnell ein Ergebnis entstehen. Keine Ahnung. Habe ich schon gehört, kann ich dir aber nicht kompetent Ausgut geben. Irgendwas japanisches wird wohl mit Lean Agile oder so zu tun haben. Ist so etwas wie ein Use Case, den man aus der Softwareentwicklung kennt, also wie ist der Pfad, der der User geht mit unserer neuen Lösung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.